Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar wurde sich jetzt in den letzten Tagen, nachdem ich dieses Video über die Vektor-Candles und sowas veröffentlicht habe, nochmal einen genaueren Einblick darüber gewünscht. Nachdem es, ich glaube ich, im deutschsprachigen Raum keinen gibt, der bis jetzt ein Video darüber gemacht hat, so wirklich, werden wir das jetzt eben mal ein bisschen genauer ansprechen. Also, was ist in dem Indikator vorhanden? Wie nutzt man ihn am besten? Welche Einstellungen habe ich? Welche könnt ihr im Endeffekt vornehmen? Das schauen wir uns jetzt alles an, doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Wer es noch nicht gemacht hat, schreibt unten gerne einen Kommentar rein, ob ihr den Indikator mittlerweile nutzt, wie ihr ihn findet, für was ihr ihn verwendet, würde mich gerne mal interessieren. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Und die erste Frage, eigentlich die unwichtigste Frage, wo ich eigentlich gedacht habe, okay, da fragt keiner nach, war, Manu, wie hast du die Candles grau bekommen? Und deswegen werden wir jetzt die Frage auch gleich zu Anfang mal beantworten. Und zwar geht ihr einfach da oben auf das Rädchen bei TradingView. Und da seht ihr hier Kerzenkörper, die Rahmen und die Dochte sind hier grün und rot. Und wir ändern die jetzt einfach mal ganz normal eben alles in Grau. Das machen wir jetzt hier einfach mal live, damit ihr das auch mal ein bisschen besser seht. Oder in Weiß, machen wir es jetzt einfach mal in Weiß, aber ihr könnt es natürlich auch in Grau machen, wie ihr wollt. Und dann klickt ihr nur noch auf OK und ihr habt den Indikator vollständig drinnen, beziehungsweise nochmal viel, viel deutlicher, als wenn ihr jetzt einfach noch die roten und grünen Striche da drin habt. So, das war die erste Einstellung. Dann muss ich noch was revidieren. Und zwar ist der Indikator mittlerweile für alle freigeschalten. Also nicht nur für TradingView Pro oder Max, keine Ahnung, was es da alles gibt. Das war mein Fehler. Hätte ich vielleicht aus dem letzten Video vielleicht noch rauscutten sollen. Aber egal, auf jeden Fall, jeder kann diesen Indikator verwenden. Ihr habt halt nur dieses Maximum, glaube ich, von drei oder vier Indikatoren bei der Free-Version. Aber das ist jetzt völlig egal. Wir haben uns ja das letzte Mal angeguckt, was im Endeffekt diese blauen, die pinken, die roten und was hat man noch? Blaupink und egal. Ihr wisst, diese vier Farben hatten wir uns angeguckt. Genau, grün noch. Die grünen sind ja die wichtigen, die Vector Candles nochmal dazu. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen tiefer in die Materie rein. Und zwar, was bietet uns dieser Traders Reality Indikator? Dafür machen wir den mal ganz kurz auf einfach nochmal. Schaut euch einfach mal so, wie jetzt meine Einstellungen vorher sind. Also ich habe daran nichts, wirklich gar nichts geändert. Normalerweise müsstet ihr alle so den Indikator drin haben. Ich zeige euch das jetzt einfach mal nur ganz so, damit ihr das vielleicht mal ganz kurz pausieren könnt, angucken könnt. Okay, diese Einstellungen habe ich. Wenn ihr die auch so habt, dann passt das. Und jetzt gehen wir mal direkt rein in den Indikator. Ich habe jetzt alle anderen Indikatoren erstmal abgestellt, damit ihr überhaupt wisst, okay, was brauche ich überhaupt noch zusätzlich. Und zwar fangen wir an hier mit diesen Linien. Ihr seht diese roten, ihr seht die blauen und ihr seht die gelben. Dafür machen wir jetzt nochmal die Einstellungen auf. Und dann seht ihr auch, was das für Farben sind. Und zwar der 5er EMA, der 13er, der 50er, der 200er und der 800er. Der 800er, den sollte man öfters mal im Blick behalten. Vor allem einerseits auf den Daily, aber auch in den kleineren Timeframes kann dieser, vor allem ich glaube im Einstundenchart, kann man den öfters mal nutzen, als Support beziehungsweise Widerstand antesten. Also den 800er finde ich mit am wichtigsten. Ihr könnt theoretisch ein paar abstellen und einfach den ganz normalen EMA-Ribbon-Indikator mit reinhauen. Ist vielleicht besser, vielleicht kommt ihr damit eher klar. Ansonsten, den 800er würde ich auf jeden Fall als Support und Resistance Line einfach mal drin lassen. Wir sind hier nochmal im Einstundenchart. Warum ich das jetzt nochmal erwähne, warum wir hier im Einstundenchart sind, hat den Aspekt. Und zwar, viele haben gefragt, diese Psi-Range ist ja sehr, sehr wichtig. Die wird immer sonntags gebildet und gibt ungefähr die Richtung an, wo wir uns die Woche hinbegeben. Und wir haben ja im letzten Video darüber gesprochen, okay, wir sind hier abgebrochen, hatten dann die Vector-Candle, sind aber nicht mehr in diese Psi-Range reingekommen und sind dann nach unten hingefallen. Und ich weiß nicht, ob ich es im letzten Video noch angesprochen habe. Die Psi-Range gibt so ungefähr den Richtungswert einfach der Woche an. Sind wir bullish oder sind wir bearish? Was wir aber auch dazu sagen müssen, die Range kommt wieder zurück. Das heißt, ihr seht hier Montag diesen Abverkauf, den wir hier hatten, mit dieser grünen Vector-Candle im Einstunden-, aber auch im 15-Minuten-Chart. Und diese Vector-Candle wird normalerweise Richtung Freitag oder Richtung Wochenende früher oder später geholt, weil ihr müsst euch das ein bisschen größer vorstellen. Institutionen oder hier diese Market-Maker, die im Endeffekt hier ja dargestellt werden, kaufen oder pumpen den Kurs nach oben, schließen dann im Laufe der Woche ihre Trades wieder und dann gehen wir zurück zum Anfang. Und so kann man das ein bisschen in der Vergangenheit immer ein bisschen nachprüfen. Klar, die Psi-Range sehen wir jetzt gerade nicht, die alte, aber in der aktuellen schauen wir einfach mal, wo wir uns möglicherweise Ende der Woche befinden. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den ich vielleicht im letzten Video nicht mehr angesprochen habe, aber der sehr, sehr speziell ist. Und wir kommen meistens eben zu diesen Punkten zurück. Und man sieht auch, diese Psi-Range hat nicht nur psychologisch, sondern auch im Chart einen hohen Stellenwert. Das sehen wir nämlich hier. Wir sind hier nicht wirklich signifikant rübergekommen. Klar, wir hatten immer so einen kurzen Ausreißer. Das war es dann aber auch wieder mit dieser Vector-Candle und sofort diese pinke und eine blaue Stopping-Volume, wo wir darüber gesprochen haben. Also es wurde hier abrupt gestoppt, genau um dieser Psi-Range und wir sind wieder zurückgekommen. Und eben auch, wo wir auch angesprochen haben, in unseren Trend. Und da kommen wir immer wieder zurück. Blaue Stopping-Volume, könnt ihr euch daran erinnern. Drei bis vier Prozent nach oben Stop-Loss. Wir sind zurück in der Range. Wieder versucht, dann sind wir drunter gefallen. Pinke nach einer roten, sind wieder hoch in die Range. Und so können wir uns das die ganze Zeit im Endeffekt weiter denken. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter in die Tiefe. Und zwar seht ihr hier dieses Y-Day-Low. Ganz einfach, heißt Yesterday-Low. Wird einfach der Punkt genommen, wo der gestrige Tag geschlossen hat. Und das können wir dann als zusätzlichen, ich sage jetzt mal Support, auch nochmal möglicherweise nutzen. Natürlich. Ich will es hier einfach nochmal betonen. Der Trade-as-Reality-Indikator ist kein 100%-Indikator. Also only darauf verlassen würde ich mich einfach nicht. Es geht hier einfach darum, Vector-Candle nutze ich. Ich nutze es für die Psi-Range. Und auch mal, um zu gucken, okay, wo haben wir hier möglicherweise noch Support-Linien. Oder was weiß ich noch, was wir hier haben. Und eben hier dieses Yesterday-Low können wir immer mal so gucken. In der Vergangenheit immer mal auch hier wieder ein bisschen gestoppt. Wir können uns das mal ein bisschen prozentual angucken. Damit wir hier mal so ein Bild haben. 0,27%. Dann sind wir hier auch wieder ein bisschen drunter gefallen. 0,8%. Das einfach mal. Aber das sind halt einfach zusätzliche Support-Zones. Das Yesterday-Low würde ich jetzt aber nicht zu groß einschätzen. Weil ihr kennt es von mir. Ich nutze gerne Supply- und Demand-Zone. Und die Liquidität liegt da drüber. Nur weil wir jetzt da Yesterday das Low hatten, ist es zwar interessant, das Chart-technisch zu sehen. Aber es nützt mir persönlich jetzt nichts in meinem Trading-Stil. Weil für mich sind die Lows interessant, wie viel Volumen da unten liegt. Und deswegen sage ich auch, 100%-Indikator ist das nicht. Wir brauchen viel, viel mehr dafür. Zusätzlich noch zu diesem Indikator. Aber es ist eine Riesen-Unterstützung, sage ich jetzt mal. Dann seht ihr auch noch, ich versuche es mal ein bisschen näher ranzuzoomen. Hier zum Beispiel Sydney, Tokio, Hongkong und was haben wir hier unten noch? New York, Opening und halt die ganze Range, wie lange die Börsen geöffnet sind. Und interessanterweise, seht ihr immer hier zum Beispiel, Tokio wurde angedippt. Hongkong wurde sofort bei Eröffnung angedippt. Dann, was hat man hier noch? London wurde ein bisschen später nach Eröffnung angetippt. Sieht ein bisschen nach Manipulation aus, wenn man das so auf den ersten Blick sieht. Und da stimme ich euch auch ganz ehrlich zu. Also ich würde, man kann es mal vielleicht ein bisschen backtesten. Vielleicht mache ich das einfach mal für euch. So auf dem 15-Minuten-Chart, wenn die Eröffnung ist, mal short reingehen einfach. Aber da sieht man einfach, wie Market Maker ticken. Kaum ist die Eröffnung an irgendwelchen Börsen, wird sofort hochgewickt und dann sofort wieder abverkauft. Und das sehen wir bei London, das sehen wir hier drüben. Gestrigen Tag New York, angedippt, wieder runter. Also es ist schon sehr, sehr offensichtlich, muss man schon ganz ehrlich dazu sagen, dass hier, ja, man kann schon sagen, dass hier Marktmanipulationen im Endeffekt schon stattfinden. Und der ganze Kryptomarkt ist eigentlich manipuliert, das sehen wir jeden Tag. Aber gut, das nur mal dazu. Die M1 und so sehe ich jetzt nicht so als wichtig an. Also es ist nicht so wichtig für mich. Wir haben aber hier noch das Daily Open. Das können wir uns vielleicht mal noch ein bisschen hier im Blick behalten. Natürlich hier oben noch, sieht man jetzt schwierig, aber hier gibt es auch natürlich noch das Yesterday High. Also es sind immer so Punkte, man kann sie sich angucken, sehe ich jetzt aber nicht so als wichtig an, um das jetzt aktiv zum Trading zu nutzen. Aber Daily Open ist immer noch ein Punkt. Einerseits, vor allem, weil hier auch noch eine Vector Candle gebildet wurde, ist es nicht verkehrt, den auf jeden Fall drin zu lassen. Ihr könnt jetzt mal dieses M1 und so, könnt ihr jetzt erstmal weglassen. Das sehe ich jetzt, wie gesagt, als nicht so wichtig an. Aber Daily Open, vor allem, wenn da noch eine Vector Candle nach oben gepumpt ist, wird die sehr wahrscheinlich nochmal geholt, dass wir hier einfach nochmal runterkommen eben. und dann mal gucken, ob wir hier wieder genug Kraft tanken und möglicherweise nochmal nach oben gehen und dann auch gucken, wo ist das New York, wo hat New York geöffnet und sowas. Also ist schon krass, dass diese Punkte halt dann immer angetestet werden. Aber gut, mehr gibt es eigentlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, nicht in diesem Indikator, was man jetzt nutzen kann. Also es gibt noch dieses Low ADR und dieses High ADR, wenn ich das jetzt irgendwie sehe, genau hier oben. Den kann man, sollte diese Punkte anlaufen oder sollten wir hier eine größere Korrektur sehen, auch mal gerne als Support nochmal nutzen oder als möglichen Stop Loss ein bisschen tiefer oder sowas. Also das ein bisschen im Blick halten, sind jetzt aber auch nicht die Punkte. Vielleicht finde ich da noch ein bisschen mehr was, für was man es nutzen kann. Aber für mich momentan, vor allem, wenn ihr Daytradet oder sowas, dann interessieren euch, sage ich mal, die Punkte relativ wenig. Aber jetzt mal über so das Wochenende, so eine Range, so eine Psy-Range zu traden oder sowas, ist es schon relativ interessant. Natürlich, wenn wir jetzt noch hier weiter runtergehen, sehen wir auch noch Last Week. Low sehen wir auch noch hier, wo das letzte Wochen tief war und so. Also es sind halt so Punkte, die kann man abschalten auch. Wenn euch das ein bisschen zu viel ist, schaltet es einfach in dem Indikator ab, geht einfach in dem Indikator, geht auf Einstellungen und dann könnt ihr euch hier unten das nach und nach, was ihr einfach braucht, dazu schalten oder halt eben abschalten. Wie gesagt, hier habe ich kaum Änderungen vorgenommen oder ich glaube gar keine. Müsst ihr dann mal selber gucken. Wie gesagt, ich gehe das hier nochmal langsam durch, damit ihr hier vielleicht auch nochmal stoppen könnt. Aber ansonsten hoffe ich, dass euch das Video jetzt doch nochmal ein bisschen mehr reingebracht hat. Wie gesagt, das andere Video kommt dann jetzt gleich am Ende nochmal, könnt ihr nochmal draufklicken. Aber für mich interessanter sind einfach die Vector Candles, die Psy-Range, die psychologisch gebildet wird. Das heißt immer das erste Hoch und das erste Tief eben. Die bildet die Psy-Range und beziehungsweise nicht das erste Hoch und das Tief, aber die wird automatisch gebildet eben in diesem Indikator. Und da wird halt erstmal ein bisschen rumgetradet und die gibt dann meistens den Wochentakt vor. Und wir kommen aber immer, wenn wir jetzt am Montag zum Beispiel so einen False-Move hatten, werden wir Richtung Ende der Woche sehr wahrscheinlich dort wieder zurückkommen. Gut, ich hoffe, das hat euch nochmal ein bisschen mehr Einblick gegeben, wie so meine Einstellungen sind, für was ich ihn nutze, welche Level man im Auge belassen sollte, welche eher ein bisschen unbekannt sind, beziehungsweise nicht so wichtig sind, die kann man außer Acht lassen, würde ich auch ganz ehrlich. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch gehabt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben oder wenn ich noch auf mehr Trading-Strategien eingehen soll, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war es von mir. Wir hören uns zum nächsten Video dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.